hallo liebe leute und noch mal herzlich willkommen zu nerd für medizin ich habe wieder christian dwork bei mir kardologe und unser go to experte für perikadfunktionen wer das letzte video noch nicht kennt wo wir uns über die perikadfunktion indikationen und so weiter durchführung unterhalten dem sei dies nun dringlich anzuraten jetzt wollen wir uns ein bisschen ins detail begeben nämlich anhand von einer quasi gefilmten perikadfunktion stück für stück das durch besprechen mit besprechen meine ich ich stelle blöde fragen und christian gibt kompetente antworten aber so ist es ja häufig in meinem leben christian schön dass du wieder da bist und danke dass du die zeit nimmst richtig cool okay dann würde ich sagen wir gehen gleich in das video rein okay christian wir fangen jetzt an hier das video startet hier geht es um einen glaube ich torachschirurgischen patienten der perikad punktiert werden soll genau das ist einfach mehr oder weniger zufällig ausgewählter patient wo meine kollegin krankenschwester mit meinem iphone den eingriff gefilmt hat das ist also nicht irgendwie gestaged und es ist einfach ein echter patient man sieht an der sternotomie nahe aber das ist ein patient nach torachschirurgischem eingriff ist ein klappen operierter patient der macumar behandelt ist und hier zeige ich am anfang zeige ich den schallkopf mit dem aufgesetzten needle guide man kann das schön sehen wie es diese drei winkel gibt auf die middle guide ist also aufgesetzt auf den schallkopf jetzt fange ich damit an dann apikalen funktionswinkel zu zeigen man sieht also die beiden funktionslinien auf dem schirm die so und danach vier uhr gehen auf dem schirm und das was ich eben zeige ist dass wir ein funktionskanal anstreben der oder ein stichpunkt möglichst nahe oben an der an der also mittig im schallfeld ist und der funktionskanal nicht durch den ventrikel durchgeht und möglichst lang innerhalb des ergusses verläuft mit der taste was ich jetzt zeige ist dass man den biopsie winkel auf dem schirm in drei verschiedenen winkeln einstellen kann und da wählt man sich also einfach den der am besten passt da gibt es keine regel für welcher jetzt besser oder schlechter ist jetzt siehst du also das ist ein sehr schöner funktionswinkel weil du einfach also die nadel soll ja irgendwo zwischen diesen beiden linien also eine gewisse prädiktions unsicherheit da deswegen zwei linien und nicht eine den nadel wird also zwischen diesen beiden linien in den erguss kommen ohne den ventrikel ohne die linke kammer zu treffen schon schon echt genau präzise aus genau jetzt zeige ich einfach zum vergleich wie das aussähe bei dem gleichen patient wenn man von subxifidal stechen würde das gehe ich ein bisschen weiter nach caudal vielleicht als als üblich weil da einfach ein flaster im weg ist was schlecht schallbar ist wollte ich nicht abnehmen und hier ist also einfach der der teaching point ist also erstmal hast du leber oben im weg und dann würde eben wenn du jetzt von subxifidal stechen würdest würde der punktionskanal genau auf den rechten ventrikel zu laufen und du hättest also nur einen spalt von was ist das vielleicht ein zentimeter anderthalb perikaterguss manchmal in dessen projektion das auch nur ein halber zentimeter bevor du also im linken in der rechten kammer drin bist das heißt es ist technisch einfach viel einfacher von apical zu stechen weil der punktionskanal von apical war ja zehn zentimeter lang ungefähr ok also ich finde es und da sieht man jetzt auch noch mal den nidl guide noch mal genau da zeige ich jetzt einfach dass man den auch falsch rum aufsetzen kann also da gibt es so gibt so zwei punktionsmarken und das kann man mit gewalt gerne auch falsch rum aufsetzen alles schon passiert das heißt verlasse ich nie auf irgendjemanden anderen guck immer selber dass der richtig drum drauf sitzt jawohl jetzt stellst du den winkel noch mal ein der muss natürlich übereinstimmen mit dem winkel auf dem schirm sonst weiß ja nicht wie du stehst genau jetzt zeige ich einfach unser material tisch also wir haben so ein standard tisch den die schwestern vorbereiten für eine perikad funktion und da habe ich das jetzt aufgeteilt auf der von uns aus gesehen linken bildseite ist die normale funktion also ohne mikro funktionstechnik weil ich in der mittel mitte diese rosa nadel also nadel mit rosa kopf das ist eine 18 gosh nadel was ich jetzt in der hand habe ist ein 0 36 inch draht und daneben der picktaker data den ich letztes mal gezeigt hatte also sechs oder acht french navar drehen picktaker täter ja und da punktiert man also mit der nadel jetzt zeige ich wie man mit dem punktionsdraht reingeht also dem gröberen draht dem 36er draht und dann nimmst du den picktaker täter jetzt zeige ich noch mal wie du den vorbereitet das macht man natürlich vor der funktion ich zeige das jetzt einfach nur das was ich jetzt in der hand habe ist also einfach der der kunststoff teil des katheters man sieht wie wabbel lichter ist also der hat keinerlei kraft den kannst du kristin nicht ohne den metalldillatator ins in den perikadraum vorgeschoben das heißt du nimmst diesen nimmst das innerste stilett nimmst du raus das hat nur historischen wert das darfst du nicht benutzen schiebst du die die funktions kanüle rein die versteifungskanüle und das ist halt wichtig dass du den den picktaker unten manuell selber aufstellt bevor diese kanüle rein schiebst ansonsten schädigst du den katheter unten und christ kein führungsdraht mehr rein und kann man kann man wahrscheinlich sogar ganz punktieren wahrscheinlich mit dieser genau das kann sich ja verletzten hervorrufen du christopher vor allen dingen auch den führungsdraht gar nicht rein wenn du den katheter aufschneidest so also das war die vorbereitung des des picktaker täters genau weg damit damit genau so das ist das auffädeln vor auf den auf den drahtner wenn das ist das auffädeln einfach auf den auf den gröberen punktionsdraht den 0 36 in strah genau und da bist du jetzt im perikadraum drin dann hast du so einen lürok verschluss da oben dann schraubst du ab hältst dann die kanüle fest und gehst eben nur mit dem peter in den perikadraum rein also das ziel mit dem versteift mit der versteifungskanüle ist einfach dass du schaffst bis ein zentimeter irgendwas in den perikadraum reinzukommen und dann schiebst du eben nur noch die die den peter über den draht vor nicht die nicht die kanüle um verletzungen zu vermeiden so jetzt kommt der nächste schritt ist die mikropunktion mikropunktion heißt also dass du mit einer dünneren nadel stehst kannst du eine 20 oder 21 dass das glaube ich eine 20 gosch nadel also eine dünnere nadel als 18 gosch mit dem ziel etwas verletzungsrisiko zu minimieren stehst mit der nadel jetzt ist das problem dass der dicke draht da nicht rein passt also die nadel ist zu dünn das heißt du nimmst den dünneren draht das ist ein 18 0 18 in straat mikropunktions rat legst den rein sich die nadel raus und jetzt kannst du aber jetzt zeige ich nur du schaffst das jetzt nicht mit dem peter über den drinnen draht rein zu gehen erstmal ist der draht hat der nicht genügend stabilität um das vorschieben des picles zu erlauben und da ist auch einfach zu dünn also draht ist ja immer auf eine auf eine punktions kanüle oder ein katheter angepasst einfach weil du sonst eine lücke zwischen der katheter ost immer oder dem ostium des dilatators und dem draht hast was verletzungen verursachen würde das heißt du brauchst den schritten zwischenschritt ein hast jetzt den diesen mikropunktions katheter über den dünnen draht rein geschoben den habe ich jetzt gerade in der hand das ist ein fünf french mikropunktions katheter nimmst den dilatator raus und jetzt nachdem den dilatator rausgenommen hast passt eben der der gröbere draht rein so hast du also einen zwischenschritt hast am ende wieder den groben draht im perikadium und machst jetzt weiter wie vorher also mit dem einführen des pigtails also ein das heißt ja vorteil ist einfach wie du sagst du hast primär eine dünnere nadel und hast damit einfach weniger verletzungsrisiko oder oder genau wenn man jetzt fehl punktieren würde ist das risiko dass da was dass die komplikation größer ist einfach geringer genau also wir haben haben es alle gehabt dass wir versehentlich fehl punktiert haben sei es in die perikadraum oder ins innen ventrikel und mit der 21 goschnadel haben wir toi 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 daraus nie eine resultierende komplikation gesehen okay ich habe jetzt noch gesehen du hast gerade angedeutet wie man das das sterile nadel quasi aufschäumt mit den zwei spritzen so dass es dann bereit ist zur lagekontrolle und hast da jetzt noch ich glaube da kommt noch mal ein kleiner ausschnitt so wo ich das genau perfekt und das ist jetzt das set wie du das den den needle guide den sterilen teil quasi mit mit so einem verhüter liegt quasi genau also du ziehst ja den sterilen überzug natürlich über den über den schallkopf rüber auf dem schon der unsterile teil des needle guides drauf ist und da hast du in der verpackung das sind also so kleine adapter die auf die jeweiligen kanügel zugeschnitten ist da steht eine millimeterzahl eine gosch zahl drauf dann nimmst du einfach die größe die auf deine nadel angepasst ist also 21 goschnadel nimmst du 21 gosch adapter so dass das also nicht wackelt im führungs im needle guide jawohl perfekt okay dann vermutlich klappt es dann da musst du wieder schauen dass du das passende hast klar genau sehr schön gedeckter tisch genau und das war jetzt einfach die lokal ansthesie die dann noch in der gelb markierten spritze war perfekt jetzt zeige ich noch mal kurz das aufscheiben des des kochsalz kontrastes also das sind einfach zwei spritzen ich finde es gibt einfacher mit lölock spritzen was nicht leicht abgehen wird so eine mit kochsalz und das andere die andere mit kochsalz und ein milliliter luft verbindest die mit zum beispiel mit drei wegehahren und schäumst das dann so hin und her und jetzt hört man den tonig aber das gibt so einen charakteristischen ton also so ein ton in den willst du gerne hören wenn deine schwester das vorbereitet wenn du nicht hörst dann ist das irgendwas falsch also wir wissen sondern so einen charakteristischen ton haben um zu wissen dass diese mikro blasen aufgeschäumt worden sind das ist jetzt der sterile überzug jetzt setze ich den steril teil des niedel guides das ist also ein einmal produkt der und sterile teil ist ein wiederverwertbares produkt ein teures wiederverwertbares produkt nicht verlieren jetzt setzt man das da drauf ist ein kleiner kleines klick ding da auch das kann man falsch herumrauf setzen also gerne vorher üben ist gut so ein kleiner pfeil drauf markiert jetzt mache ich das mit einem jüngeren kollegen zusammen und wir haben jetzt das schallbild auf dem auf dem schirm auf gemacht einfach um es besser filmen zu können jetzt wir hatten also am anfang den die stichposition gewählt da und steril dann ist der patient also steht vorbereitet worden steril abgedeckt worden jetzt hat er noch mal ein bild gemacht um die position zu bestätigen jetzt gibt der lokal an ist sie ich versuche da immer so ein bisschen das periost zu fühlen und dann eben auf der kranial seite des periostes zu punktieren war natürlich auf der kauder seite gefäße befinden wobei man also wenn man ganz ehrlich ist muss man sagen das ist häufig nicht so einfach wirklich zu die kranial seite des der rippe zu finden weil abstand einfach so gering ist und gerade wenn es eilig ist muss man so ein bisschen nicht zu dogmatisch sein und es einfach häufig schwierig zu zu genau also den den teil des interkostal raums zu finden bei frauen jetzt nur weil man jetzt gerade so von der positionierung her sind da bist du wahrscheinlich häufig dann wirklich so in der in der brustfalte von der lokalisation her genau und da muss man so ein bisschen widerstand überwinden also die der loko der typische punktions punkt ist einfach immer zwei finger breit unterhalb der marmille das ist fast immer kommt man dahin auch wenn man zehn minuten lang sucht mit dem schallkopf und bei frauen muss man häufig durch den kaudalen teil der brust stechen und das ist okay also das gibt keine leibenden schäden okay und dann einfach auch noch mal adäquat lokal anesthesie und dann ist es na klar es ist auch okay jetzt eine stichinzession einer stich jetzt hat noch mal gezuckt jetzt machen wir einen schnitt im video und geben einfach noch mal mehr lokal anesthesie und das ist aber oberflächlich du gehst du bist zur rippe quasi also bist du ja also bis bis zur bis zur innenseite der rippe ungefähr also auch in interkostal raum jawohl das war jetzt die mikronadel damit die gehst du jetzt schon vor das ist die mikronadel jetzt sehen wir sehr schön im hintergrund die funktion es kommt oben an den zwischen den beiden linien sieht der die nahe kommen jetzt sind wir also mit der nadel der kanüle im super war schön und das ist jetzt das kontrast mittel genau und jetzt ich glaube also man sieht jetzt schön wie das kontrast mittel einfach so weiße schneeflocken artige kontrast bilder gemacht hat jetzt gehen wir mit dem mit dem mikro punktionsdraht vor sie werden jetzt unsere kanülen positionen bestätigt sind sicher dass wir richtig liegen jetzt gehen wir mit dem mikro punktionsdraht rein sehen den auch offen offen schalbelt nicht so super einfach zu sehen aber man sieht in zwischendurch kurz aufblinken in draht dahin und wieder genauso ein kleines echo aber jetzt so ganz genau das länge oder so sieht man nicht nein aber ich bin mir jetzt einfach sicher dass ich richtig liegen jetzt gehen wir einfach rein mit dem draht so jetzt wird die kanüle zurückgezogen und ihr seht ja also der der patient ist stabil der ist nicht beeinträchtigt wir haben jetzt im prinzip alle zeit der welt machen das langsam und schritt für schritt ich frage im original den patienten zwei drei mal zwischendurch ob er ob er das merkt aber schmerzen hat und er merkt das also kaum also die funktion ist nach der initialen lokal betäubung fast schmerzfrei so jetzt kommt dieser mikro punktions katheter also der das ist von merit medical es mag mikro punktions katheter den wir darauf setzen auf den mikro punktionsdraht man sieht dass unten kommt so ein kleiner schwarzer dilatator aus dem weißen führungskatheter raus jetzt brauchst du jetzt kein ultraschall mehr oder also da kommt es nicht die ganze zeit jetzt weiß ich dass ich richtig liege darf gehe ich jetzt einfach von aus habe das bestätigt jetzt ist es was ich jetzt zeige gerade ist das ist jetzt enorm wichtig ist daran zu denken dass man in dem gleichen winkel das einführt wie man vorher gestochen hat das ist so ein standard fehler dass man jetzt aus so einfach nicht daran denkt und aus dem anderen winkel das einführt dann kann man ja ist es schwieriger du kannst dann im schlimmsten fall den draht so raushebeln also im gleichen winkel dass den den katheter rein schieben wie du punktiert hast jetzt ist also der mikro punktions katheter auf dem draht der draht da ist glaube ich 60 cm lang also haben wir gut platz jetzt wird der dilatator rausgeholt und der draht kommt so ein bisschen blut daumen drauf und jetzt habe ich im prinzip keine zweifel dass ich richtig liege ich mache das jetzt einfach um das noch mal zu zeigen geben wir jetzt noch mal echo kontrast einfach für den fall dass man dass man unsicher wäre man sieht da ist jemand ganz routiniert mit dem aufziehen des kontrastes zack 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 genau jetzt gebe ich also in dem mikrokatheter noch mal ihr seht wie das so schön weiß aufgeschäumt ist jetzt noch mal rein jetzt kommt das halt von unten also es kommt von unten im bild das kontrast war ja der katheter unten liegt und ihr seht also wie das wie sich im prinzip der ganze perikad spalt in einen schneetreiben verwandelt und da ist man einfach bombensicher dass man richtig liegt okay jetzt nehmen wir über den über den mikrokatheter nehmen wir jetzt den den gröberen führungsdraht den 0 36 in straat jetzt noch eine einführhilfe nach ja kann man auch aufstellen aber das ist das so geworden genau und das ist einfach wenn man also wenn man eine geplante position ist es einfach einfach wenn man das mit zwei leuten macht einer hält hält den echo schall kopf und der andere sticht in dem fall hier kann ich den 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 katheter halten und das vereinfacht dass man wenn man vier ändern nicht nur zwei so jetzt kommt häufig die frage wie lang soll der draht rein jetzt zeige ich einfach das ist natürlich der draht kann im prinzip so lang rein wie man will solange er länger raus guckt als der katheter lang ist ja ich muss ja den katheter rein kriegen und trotzdem noch draht hinten sehen mikro punktionskatheter rein mikro punktionskatheter raus pick der katheter rein auf den draht aufsetzen denken wir wieder daran dass der punktionswinkel der gleiche ist wie vorher so jetzt muss natürlich der draht oben raus gucken ist klar genau wie beim zvk oder sonstigen seldinger eingriffen das ganze nur vorschieben wenn man oben draht hat sonst kriegt man probleme super der schotter oben raus genau da halten wir oben fest und das gehen wir einfach in einer geraden vorwärtsbewegung im gleichen winkel rein auch wieder vermeiden den katheter zu biegen die kanüle kann man auch relativ leicht verbiegen also wirklich nur genau geradeaus seine energie überführen und da kann man unten gibt zum also an dem an der einstieg stelle gibt es öffnung in den piktel katheter an denen kann man sich orientieren später wie weit man drin ist also wenn die letzte öffnung verschwunden hat ist man schon ziemlich weit drin jetzt kann das so ein bisschen schwierig seine rein zu kriegen da muss man manchmal ziemlich doll drücken und da ist es wie bei allen solchen katheter techniken wichtig dass man den druck einfach möglichst kurz ausübt also dass die kraft kurz über der über der über der einschichter einfach angewandt wird sonst verbiegst du das ding jetzt kommen wir nicht rein machen einfach noch mal einen schritt das ist also nicht das perikard was widerstand gibt sondern wir haben einfach nicht groß genug schritt schritt schnitt gemacht typisch der hautwiderstand ja genau und es kann auch leicht passieren dass man einfach also am anfang haut schnitt macht und dann wenn man punktiert versehentlich nicht durch den schnitt punktiert sondern daneben das passiert relativ häufig dann macht man einfach noch nicht schnitt so wieder kurzer griff da unten also nicht von oben drücken sondern immer ganz nah am patienten von unten wie ich das jetzt zeige einfach um den katheter nicht zu verbiegen so und jetzt geht es rein und da muss man manchmal ganz schön doll drücken also das kann einem komisch vorkommen am anfang und dann ist natürlich die voraussetzung dass man sich selber sicher ist dass man dass man richtig liegt ich bin mir sicher und deswegen können wir da jetzt ziemlich viel kraft ausüben die lösung wenn man das jetzt nicht rein kriegen die lösung was machst du wenn das ding nicht rein christ ist einfach du nimmst nimmsten die latat und deswegen ist es gut in seinem set immer noch ein extra die latate zu haben also nimmst du einfach das hier ist jetzt glaube ich ein acht french katheter nimmst du einfach fängst an mit dem sechs fans die latator also ein dilatator von der normalen katheter schleuse zum beispiel und und busier ist das einfach auf hängst mit sechs french und dann sieben french und dann acht french die latator und dann klappt das auch immer also ist gut dass in seinem material mit drin zu haben ich habe jetzt gesehen du hast jetzt gerade vorher die kanüle also quasi diese verstärkung noch rausgezogen wann war der punkt wo du sagst jetzt ziehe ich die raus oder also also da denkst du dran an dein schallbild wie viel platz hast du von der einzelstelle bis ins perikard das war in diesem fall weiß nicht mehr genau vielleicht vier zentimeter irgendwas also guckst auf dein schallbild am anfang wie weit musste reingehen bis du im perikard bist dann misst du diese vier zentimeter an der spitze des pigtails ab guckst okay also beim vierten oder fünften loch bist du vier zentimeter drin geste soweit rein bist du vier zentimeter drin ist dann weißt du okay jetzt bin ich im perikard dann schraubst du die kanüle ab und gehst nur noch mit dem pigtail vor und da hast du jetzt da ist an dem set jetzt gleichen faden mit dran oder genau da ist ein kleiner faden dran und der braucht man vielleicht nicht unbedingt aber der ist jetzt einfach damit eingebaut der arretiert den 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 kopf des katheters also diesen schweineschwanz pigtail um das noch also einfach um den katheter stabilität zu geben da soll hat dadurch weniger wahrscheinlich raus rutschen den wickelt man so ein paar mal darum und dann zieht man so eine gummi lamelle darüber um den zu sichern jetzt können wir aspirieren und das ist jetzt halt kein chronischer erguss sondern das ist ein paar tage nach der operation das heißt wir können jetzt im prinzip alles abziehen würden aber jetzt trotzdem bei einem liter abbrechen und schicken solche patienten also immer mit katheter auf die station zurück okay und jetzt hast du da schon einiges abgezogen das sehe ich jetzt und jetzt kommt glaube ich noch mal wahrscheinlich eine abschlusskontrolle oder so du schaust du das nochmal ich gucke einfach am ende einfach aus prinzipiellen gründen immer noch mal mit dem schallkopf nach dass wir dass wir eine bestätigung noch mal eine bestätigung haben dass wir richtig punktiert haben dadurch dass wir sehen dass der gussmenge zumindest abgenommen hat und das halt gerade natürlich in akuten funktionen wichtig wenn du das sieht ja aus wie im prinzip vollblut was da rauskommt und dass die das echobild mit abnehmendem oder verschwindendem august ist einfach noch mal eine extra sicherheit dass der katheter richtig liegt sieht man ganz deutlich genau ist noch nicht ganz weg aber es deutlich weniger muss sie sogar den katheter da drin liegen oder wenn genau ja ja super ja richtig cool also vielen dank christian für das für dieses video und für das erklären und die ganzen tipps und tricks dazu für alle die so generell was zur berikadfunktion wissen wollen dazu haben wir eben ein extra video gemacht haben am anfang schon erwähnt verlinken wir natürlich wieder und alle die genauere informationen wissen eine ganz ausführliche schriftliche zusammenfassung bis hin zu welche katheter und so weiter gibt es auf der website von christian die wir verlinken eine kleine notfallmäßige zusammenfassung gibt es bei uns alles findet ihr über alle links der welt in den show notes und in der video beschreibung ja und damit bleibt nur zu sagen christian vielen 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 dank und euch wenn ihr fragen habt kommentare gerne jederzeit und wissen gespannt was ihr dazu sagt das war's mal hat ihn schon die größte ausgedeckung ja richtig cool und wir hören uns sicher bald mal wieder alles klar tschüss 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 d tschüss 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 Ihr Bis zum nächsten Mal.